Hallo, hier ist der Steam von SupportNet. Heute zeige ich euch ein neues Programm von FreeStudio DVD Videosoft. Und zwar ein Programm, mit dem ihr eure Audiodateien kinderleicht bearbeiten könnt, in dem Sinne Schneiden. Dazu geht ihr in die Kategorie MP3 und Audio und geht auf Free Audio Dub. Das ist auch schon das ganze Programm. Wir wählen jetzt einmal unsere Datei aus, die wir gerne schneiden möchten. Und schon sagt er uns, wie die Ausgabedatei heißen wird. Diese können wir natürlich auch ändern, wie wir möchten und auch natürlich einen anderen Pfad angeben. Gut, wir können jetzt sagen, entweder Play oder wir können selber erstmal die uns hin und her verschieben. Und Schnittmarken setzen. Wir sehen keine gesetzt und jetzt sagen wir Schnittmarke 1. Lassen es weiterspielen und sagen Schnittmarke 2. Jetzt sehen wir hier einmal diese zwei Pfeile und diesen blauen Balken. Das heißt, alles was davor und dahinter ist, wird weggeschnitten. Wir können uns jetzt mal den blauen Balken wiedergeben lassen. Und das war es dann auch schon. In den Optionen können wir noch die Sprache ändern, auf Updates prüfen oder sagen, wenn du damit fertig bist, fahre den Rechner bitte runter. Das war es schon. Einfach auf Speichern gehen und fertig ist es. Viel Spaß beim Ausprobieren.